Willkommen Leute zu einer neuen Folge Rage-Mode mit dem Spielpiraten und einem müden Multidoodlesack. Was? Ich hab nicht gegeben. Ist egal, beide sind müde und armen. Okay, ich würde sagen, willkommen Leute auf der Map Plaza. Das ist so geil. Okay, aufnehmen tut nur der Spielpirat. Und ich natürlich, also nur wir zwei. Hat sich Konsequenz selbst ausgetragen gerade. Ja, ist so. Mann, stirb doch! So, ich hab schon mal jemanden getötet. Ich auch, wo vorma. Noch einen getötet? Vielleicht kann man den Kill ja mal gebrauchen. Alter, wo sind denn die ganzen... Hä? Okay, ich wurde von hinten abgeschossen, das ist klar. Dass das klar ist, ja, von hinten abschießen ist scheiße. Aber effizient. Effizient, ja, aber scheiße. Okay, okay. Wir laufen hier durch die Bedrock-Dimension hier so, okay. Hier kommt keiner her. Ja, du musst dich schon bewegen, ne? Ach, wenn ich jetzt hab ich mich gekillt. Ich mach's doch die ganze Zeit, im Sneak-Modus. Ein Block pro Sekunde. Ich bin gerade wieder auf null Punkte, oder? Ne, fünf, ja! Ich hab fünf Punkte, Leute. Und bin immer noch besser als Spiel, wie grad. Was? Entschuldigung, ich hab 35, jetzt bin ich trotzdem noch besser als du. Hey, Leute, mit 35 bin ich fast so gut wie Dudelsack. Wie viele Punkte hast du denn jetzt? Immer noch dieselben. Obwohl ich dich gerade abgeworfen hab? Ja, ich bin über- ich war über Dudelsack für ein paar Sekunden. Du bist nicht gestorben, oder? Ne, doch. Echt? Jo. Ohne Kalle. Ohne Witz, man sollte Minecraft so umbauen, dass es wirklich wie Call of Duty oder Battlefield ist. Ja, genau. So mit Minimap und sobald jemand schießt, dass man weiß, wo er ist. Das wär's richtig so, so richtig so, so Shooter-like. Warum hab ich den nicht getroffen? Mann, ich hab den doch fast fast mit ins Face geschossen, wenn ich nicht sein Ohrläppchen getroffen hätte. Ja, die Hitbox halt, ne? Ist so. Ja, scheiß Hitbox. Null Hitboxen. Jetzt weg, die Hitbox. Oh Gott. Leute, die haben sich gerade beide gegenseitig. Oh mein Gott! Ah! Leck mich doch am Arsch! Nö. Ja doch! Ich hab nur noch 15 Punkte. Was ist falsch mit mir? Boah, hat der mich getroffen, die Drecksratte. Oh, wenigstens hab ich den getroffen. Das gibt es nicht, ich bin so schlecht. Ja. Nachweislich. Alter. Ja, ist einfach Vorzeige-Effekt. Was? Mongo! Mein Gott, wie kommst du denn da durch? Nein! Ja! Weißt du, dass ich den nur getroffen hab, weil ich von hinten erschossen wurde beinahe? Soll ich jetzt glücklich sein, oder was? Ja, schon. Alter Scheiße. Du wolltest mich töten? Ich? Nein! Stürb doch mal, du Drecksding! Es kann doch wohl nicht in der Auen, Alter! Was ist denn bitte für ne Kacke? Der Pfeil ist dir doch auf die Zehenspitzen gefallen. Du stirbst nicht, oder wie? Boah! So, das war mal dein Kill. Ist doch nicht wahr. Wollt ihr mich alle verarschen, ich hab... Das Kario, nimmst du dich auf? Ja doch! Du bist letzter. Ja, nee! In meinen Träumen bin ich immer erster. Ja, in deinen Träumen bist du... Ich versteh das nicht. Alter, das ist... Weißt du, Vorzeige-Effekt, weißt du? Das ist das Problem. Oh, der Hacker. Der A-Tim. Der A-Tim, der ist voller Hacker. Und von hinten... Ah! Boah, schreckt mich nicht so! Ich hab bemerkt, ich hab bemerkt, dass da... Weißt du, ich hab bemerkt, dass jemand kommt... Und dann hab ich mich noch mal umgedreht und dann einfach nichts... Nee, ich stand da, ich stand da einfach so und warte und plötzlich dreht er sich so langsam und denk' ich mir, nun sag ich doch mal was. Ich hab den A-Tim getiltet. Ja, ich bin letzter Platz, bin ich super! Ach, wenn sie ist auch gestorben, ey. Ich weiß noch, wie der Spielpirat vor ne Stunde noch... ...und davor zwei Stunden noch gesagt hat, ja, ich geh dann jetzt mal schlafen. Ach, das hat sich erledigt. Mittlerweile. Wird überbewertet. Ja, da bin ich einfach mal ongekommen und hab gesagt, ey, wollt ihr aufnehmen? Ja, klar, okay, perfekt. Ja, ist da nur an dir. Ich kann sowieso noch ein bisschen auf'n Gommel TS gehen. Gleich wieder auf'n Gommel TS gehen. Und da war der Lyskario oder sich in... Äh, nein, ich war nicht dort. Ich bin erst ongekommen, als Spielgrad meinte, ich suche gerade auf dem TS. Fuck, hat er mich gef... Oh ja, ich bin besser als jetzt beide jetzt wieder! Was ist der Letzter, was ist der Letzter? Ja, und der Letzter ist... Ja, du? Stimmt, schauze. Schauze. Woran liegt das bloß? Ha, ich bin höher, das Spielpillat. Ach, fuck, ja, und jetzt mit Abstand. Scheiße. Ja, und zwar mit richtigem Abstand. Uh. Äh! Jetzt mit noch mehr Abstand. Lol. Weißt du, sobald ich unter Druck bin, bin ich doppelt mal, äh, doppelt mal besser Deutsch, Alter. Doppelt so gut, sollte ich eigentlich gerade sagen, aber ich bin doppelt mal besser, Alter. Doppelt mal besser. Ich, ja, Entschuldigung, Moodle, 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 Moodle. Ich fand, ich fand, ich fand, ich fand, I'm twice as good. Ich hab mir zu sagen, dass ein Rumspringen hilft, ne? Lol. Wie? Wie bitte? Ich hab dich hüpfen sehen. Oh Gott, da ist einer. Scheiße, Alter. Ich hab dir schön in den Lauf reingeschossen. Oh, von hinten. Das ist doch ein Hacker, Alter. Die von hinten sind einfach nur uncool und scheiße. Einfach nur uncool, sag ich mal, Leute. Ja, zum Beispiel Moodle, der ist der letzte. Und schieß auch immer nur von hinten. Oh Gott, nein, der letzte Kind hätte mich noch höher gebracht. Egal, fünf von dem hat er das Spielberat. Ah, ganz knapp hinterl ist Kario. Und der letzte ist wer? Der, der nicht aufgenommen hat. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Tschüss, Leute. Bis dann und tschüss.